Musik Gehandelt als Königsdisziplin im Billardsport und trotzdem für viele in Deutschland komplett unbekannt das Karambolage-Billiard. Vergangenes Wochenende war es wieder Zeit für die Berliner Meisterschaft im Dreiband in der Billardakademie Berlin. Das heißt natürlich, die größten Karambol-Talente der Stadt kommen zusammen, um zu ermitteln, wer sich von ihnen den Titel des Berliner Meisters schnappen kann und sich somit die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft sichert. Und von wem lassen sich die Regeln dieser Spielvariante denn besser nahe legen als von genau diesen Herrschaften? Also Karambolage-Billiard ist halt dieses Billard ohne Löcher. Es gibt drei Bälle. Das Entscheidende ist, dass man mit seiner eigenen Stoßkugel, die beiden anderen Kugeln trifft und zwischendrin Minimum drei Banden kriegt. Das heißt, bevor die dritte Kugel getroffen ist, müssen vom Spielball mindestens drei Banden absolviert sein. Auch vier oder fünf oder sechs. Und dadurch wird sie eigentlich als die Königsdisziplin des Billards bezeichnet, weil es eben extrem schwer und kompliziert ist. Und ganz wichtig ist dabei, dass man auch versucht, die Bälle so zu positionieren, dass der Ball relativ einfach und hervorragend liegt, um in eine Serie zu starten. Das ließen die angetretenen Sportler hier erschreckend einfach aussehen. Die Präzision, welche die Herren auf dem beheizten, fünfmal zehn Fuß großen Tisch an den Tag legten, ist beeindruckend. Und auch für Spannung war ordentlich gesorgt. In gemütlicher Atmosphäre wurde den Zuschauern und Fans hier alles geboten, was das Billardherz begehrt. Unter anderem konnte Cengiz Karadscha sich mit einem 40 zu 39 gegen Hakan Celik durchsetzen, was ihm einen Platz im Halbfinale sicherte. Jeder Billardspieler hat immer Ausreden. Gestern ging es mir tatsächlich körperlich nicht ganz so gut. Gegner, Bälle dreckig, Tisch dreckig, Tisch zu kurz. Meistens suche ich den Fehler bei mir selbst und finde ihn dann auch leider zu häufig. Kuch zu alt, Wetter zu warm, da gibt es tausend, also wirklich Wahnsinn. So viele brauchte Norbert Röstl tatsächlich nicht, denn für ihn lief das Turnier bis zum Halbfinale recht problemlos. Bis jetzt habe ich alle Partien gewonnen, alle Matches. Insofern war er gut. Ich war allerdings erst die zwei, drei Tage vor dem Turnier krank, wollte eigentlich gar nicht mitspielen. Umso überraschender ist eigentlich meine Leistung. Genau die ist es, die ihn nun im Halbfinale gegen den ebenfalls ehemaligen Dreibandmeister Martin Ulbich antreten lässt. Und sie lässt nicht nach. Von Beginn der Partie führt der Billard International Berlin-Spieler. Kann lange Serien verbuchen und überlässt Ulbich ständig schwer zu spielende Situationen. Das Halbfinale ist für mich sehr gut gelaufen. Ich habe, glaube ich, 40 zu 17 gewonnen. Also sehr deutlich. Im Finale erwarte ich mir deutlich mehr Gegenwehr. Und genau das sollte auch eintreffen. Am gegenüberliegenden Tisch standen sich Cengiz Karacca und Lukas Stamm gegenüber. Beide konnten zu diesem Zeitpunkt zwei von drei Spiele für sich entscheiden. Doch die Partie verlief zu Beginn noch sehr ausgeglichen und beide Sportler schienen mit leichten Startschwierigkeiten zu kämpfen. Wir kamen beide nicht gut rein. Normal ist Cengiz schon noch der Bessere. Aber der kam auf den Tisch offensichtlich nicht wirklich klar. Ich kam besser klar, dann war es irgendwie ein Kampf irgendwo. Nach und nach konnte sich Lokal-Matador Lukas Stamm jedoch mehrere starke Serien von seinem Kontrahenten absetzen. Mit einem deutlichen Endstand von 40 zu 27 machte Stamm den Sack zu und stand nun im Meisterschaftsfinale. Was er sich davon erwartete, war bereits klar. Ein schönes Spiel gegen einen relativ starken Gegner, der mittlerweile seit 30 Jahren Billard spielt. Ich spiele gegen Lukas Stamm, meiner Meinung nach das größte deutsche Nachwuchstalent im Dreiband-Billard. Ja, es wird sicherlich spannend und ich glaube auch sehr eng. Das wurde es. In der ersten halben Stunde der Partie war es für die Zuschauer nicht wirklich ersichtlich, wer hier den Titel mit nach Hause nehmen würde. Beide Männer konnten punktetechnisch nicht davonziehen und Serie folgte auf Serie. Nach und nach schlichen sich jedoch Fehler in das Spiel von Norbert Röstel ein. Stamm führte sein Spiel sauber und konzentriert weiter und konnte sich so nach einem für ihn erfolgreichen 40 zu 26 Berliner Meister schimpfen. Ich kam zum ersten Mal super klar heute, sonst der ganze Rest war so lala, aber jetzt war es echt gut. Mein Gegner war stark und im Finale ist mir die Konzentration und auch die Kraft ausgegangen, um meinen Billard weiterspielen zu können. Ich bin absolut glücklich. Vielen Dank an Jürgen Küh, den besten Trainer dieser Welt. Vielen Dank an alle, die immer da sind. Dankeschön. Auch Hauptstadt-Sport.tv dankt und wünscht viel Erfolg bei der im Herbst stattfindenden Deutschen Meisterschaft. Bis zum nächsten Mal.